ein herzliches willkommen zurück zu einer neuen folge train sim world vier der denn ich spiel das euch allen sei ein frohes neues jahr gewünscht das erst mal vorweg wir stehen hier am hamburger hauptbahnhof und ich war ja noch kurz schnell was einkaufen es war ein paar schuhe für meine freundin bzw für meine frau nachträgliches weihnachtsgeschenk und haben jetzt aber befinden uns übrigens im fotomodus darum ist es ja so schnell befinden uns aber jetzt ziemlich im zeitdruck und zwei wir nämlich zu unserem zug müssen und zwar zu unserem mit dem wir jetzt nach lübeck fahren und zwar fahren wir den ic 22 20 von hamburg nonstop nach lübeck hauptbahnhof es ist 12 und 19 haben wir abfahrt und ich würde sagen wir beginnen damit zu unserem zug zu gehen wollen die mal die rolltreppe runter gehen auch wenn uns die herrschaften jetzt ein bisschen behindern so dann seht ihr schon dass wir hier angekommen sind an unserer br101 unserem heutigen arbeitsgerät das ist ein wunderschönes repaint finde ich muss ich ganz ehrlich sagen mir gefällt es sehr ja ich würde sagen wir steigen ein beheben bzw beenden auch hier an dieser stelle den fotomodus ist leicht und feucht draußen wie ihr vielleicht an den an der windschutzscheibe sehen könnt hier soll es sich davon nicht davon abhalten jetzt unseren weg gleich fort zu besetzen ja ich würde sagen auf geht's wenden wir den fotomodus und steigen ein damit wir hier auch schnell abfahren können so wir sollen die türen öffnen das tun wir natürlich damit müssen wir erstmal den richtungswender einlegen dann können wir links die türen öffnen so dann können wir die zug lichter einstellen wir können das einstellen das lassen wir so dunkel ist es nicht das müssen wir aufsperren da müssen wir kurz aufstehen damit wir die zu spitzensignale auf weiß stellen können da können wir gleichzeitig die lcp siefer und lcp siefer und lcp einstellen wir können müssen natürlich noch die scheinwischer einstellen ihr seht das machen wir natürlich auf unregelmäßig wir müssen die ap einstellen und setzen diese auf 40 und dann sehen wir dass wir soweit fertig sind und noch eine genaue minute haben bis zur abfahrt das gibt es doch die möglichkeit noch ein bisschen hier uns umzusehen ja wir sehen sie ist einiges los also jede menge rbs r ist alles steht hier rum also wieder mal ordentlich kann ich fahren das ist natürlich wunderschön so und dann haben wir jetzt gleich ausfahrt würde ich sagen können wir sollen schönes foto machen so ihr seht es vielleicht auch hier vorne an den kuffern also es ist leicht am schneien draußen wir werden mal sehen wie sich das wetter entwickelt im laufe der fahrt ich hoffe nicht allzu schlecht das wäre nicht so toll aber ja wir warten es einfach mal ab würde ich sagen haben auf jeden fall jetzt ausfahrt das heißt wir werden die türen verriegeln wunderbar dann können wir uns hier draußen hinstellen und die ausfahrt beobachten jetzt statt hinterlösen die bremser und dann schalten wir langsam auf da wird dort noch wieder eine rd oder rb ein pferd fahrt befreien dann fangen wir los wie weg sollen wir dann um 12 57 erreichen hoffen wir mal dass es dabei bleibt und uns keine weiteren zug beeinflussung keine störung hier aufhalten fündlich abgefahren sind wir auf jeden fall folgezüge sind der ICE 1601 auf dem weg nach münchen über berlin spandau berlin hauptbahnhof berlin südkreuz und dann nach münchen wir werden eine weitere fahrt vor sich zog beeinflussung zog beeinflussung so ach wir fahren sogar ein sandwich ja wie geil ist das denn das ist doch wunderschön so da verlassen wir den hamburger hauptbahnhof dort an dem bahn steigt da vorne da stand ich da sie war sie war wo ich in hamburg gespottet habe da hinten an dem bahn steigt bahnsteigt schön gespottet schön interessieren hamburg und da kommt schon der erste ic reingefahren die reihe oder ja so wir bleiben aber vermutlich 40 sowieso nicht schneller fahren also ihr seht ist so ein leicht leichtes mischwaschwetter mischmisch waschwetter das ist ein bisschen am schneiden leicht neblig die sonne lupte auch noch zwischen den wolken hervor es ist ein bisschen bewölkt also ja so ein kuddelmuddel wetter wie wir es ja kennen so das haben wir uns befreit und konnten gleichzeitig reputieren ja so ist es halt fangen wir nach wie vor mit 40 bis wir wahrscheinlich den bahnungsbereich und den weichenbereich soweit verlassen haben und können dann auch ja ihr seht es ja auch gleiches 100 erlaubt dann geht das ganze schon so ein bisschen in reisegeschwindigkeit über wir dürfen jetzt schon 60 fahren das ist doch wunderbar selbstverständlich die sifa wie seht ihr an den mit gleiche es hat das ein oder andere mal schon öfters öfteren geschneit hier also es hat auf jeden Fall dafür gelangt dass es ein wenig hier liegen bleibt jetzt nicht die wer weiß wie schneemengen aber es hat doch schon gereicht hier das eine oder andere weiß zu zaubern ja so wie es halt ist im winter mal schneit ist heftiger mal nicht zurzeit kann man ja nicht von im winter sprechen schauen wir mal wie sich das wetter in den nächsten Wochen und Monaten so verhalten wird ob wir mal schnee bekommen oder nicht das können wir natürlich alle nicht wissen Waffen V60 das tun wir endlich 100 fahren wunderbar können wir uns hier weiter aufschalten das ist natürlich der Nachschlag wenn es schneit Ratzschlupf ohne Ende das heißt wir müssen ein bisschen vorsichtiger mit der Leistung umgehen das ist übrigens ein Szenario aus dem Fahrplanmodus auf der Strecke Hamburg Lübeck da gibt es ja nur zwei Fahrplanfahrten jedenfalls bei mir ich glaube einmal den IC 2221 indem man irgendwie um 16 Uhr irgendwas von Lübeck nach Hamburg fährt also praktisch stille Fahrt und dies ist das erste Fahrplan Szenario der IC 2220 von Hamburg nach Lübeck was mir auch aufgefallen ist auf der Strecke Tarantarampe Dresden Chemnitz gibt es ein kreiertes Klapp Szenario da kann man die 101 auf der Strecke fahren also auf der Tarantarampe will man aber jetzt im ganz normalen regulären Fahrplanmodus mit der 101 auf der Strecke fahren ist das nicht möglich jedenfalls kann ich sie dort nicht auswählen sie ist dort nicht angezeigt auf der Strecke ich weiß nicht wie das bei euch ist bei mir auf jeden Fall nicht wenn ihr da irgendwelche Erfahrungen habt oder Ideen habt wie das vielleicht doch möglich ist oder welche Voraussetzungen ich nicht erfüllt habe schreibt es mir bitte in die Kommentare ich wäre euch da sehr dankbar wenn ihr mir da ein paar Infos geben könntet warum deshalb ich die 101 auf der Strecke Tarantarampe nicht auswählen kann und was auch mir aufgefallen ist ganz wichtig bei mir ist seit Tagen die Strecke Rhein-Ruhr gesperrt ich kann die BR-110 nicht auswählen ich kann die Strecke Bremen-Eugenburg nicht auswählen also wenn ich jetzt zum Beispiel im Fahrplanmodus gehe und nehme mir die Strecke Rhein-Ruhr also Rhein-Ruhr kann ich kein Fahrplan-Szenario auswählen es steht dann da nur zu Fuß und auch wenn ich aus dem Creators-Klappen-Szenario auf der Strecke Rhein-Ruhr fahren will und starte das dann ganz normal dann kommt wohl ein Bild aber ich kann noch nichts mehr machen ich kann nicht mehr rausgehen ich kann nicht mehr beenden ich muss dann praktisch das ganze Spiel beenden also praktisch rausgehen aus dem Spiel mittels Windows-Taste und das Fenster dann schließen praktisch damit sich das Spiel schließt und ich weiß nicht woran es liegt ich habe extra gekutzt ich habe die installiert wenn ihr mir da irgendwie helfen könnt woran das vielleicht liegen kann dann schreibt sie mir bitte in die Kommentare weil ich bin da echt verzweifelt ich kann die BR-110 nicht mehr auswählen ich kann die Strecke Rhein-Ruhr nicht mehr auswählen und ich kann ja die Strecke Bremen-Eudenburg nicht mehr auswählen also wenn ihr da irgendwelche Ideen habt warum, weshalb, wieso schreibt sie mir bitte, bitte in die Kommentare das würde mir sehr helfen wie ich das Ganze beheben kann weil ich bin echt oh, wir haben da Rotblech um Gottes Willen, ich bin da echt verzweifelt ja, ist klar, wir haben das doch das Ding so, wir müssen trotzdem bremsen Ende Zwingel mal Rot wie geht denn jetzt ab hier? so ja, war mir klar jetzt fängt ja schon wieder gut an das Szenario mit dem roten Signal perfekt sie war sie war such beeinflussung so unter 40 ah das ist doch das ist der Nachteil wirklich, das ist der Nachteil bei Schnee mit dem roten Signal sie war 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 Jetzt jetzt nach dem Bahnsteig. Es scheint wieder irgendetwas vor uns zu sein. Irgendjemand. Was ist jetzt los? So, jetzt haben wir grün. Das heißt, wir können eigentlich auch aufschalten. Machen wir mit 40 erstmal wieder. Sie fahren. Sie fahren. Schauen wir mal schnell in die Karte, was da jetzt überhaupt vor uns ist. Was? Man sieht erstmal nicht so ordentlich aus. Ne. Besteht mir eh. Vielleicht war ja wer auf dem Grund. Ich weiß es nicht. So, wir machen mal ein schickes Foto. So. Dort schon wieder ein rotes Signal kommt. Das ist doch echt nicht normal. Jetzt wieder grün. Wunderschön. 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 Das ist schon wieder rot. Das ist jetzt tragisch. Das ist jetzt tragisch. Also das wird ein anstrengendes Szenario. Das wird ein anstrengendes Szenario. Das wird ein anstrengendes Szenario. Ich hoffe jetzt nicht, dass das die nächsten 40 Kilometer so weitergeht mit den roten Signalen zwischendurch. Das wäre echt doof. Das ist jetzt ein anstrengendes Szenario. Das ist ein anstrengendes Szenario. Das ist ein anstrengendes Szenario. Das ist jetzt nicht so. Das ist ein anstrengendes Szenario. Das ist ein anstrengendes Szenario. So, ob wir die Uhrzeit noch einhalten können, 12.57 Uhr, das wird sich zeigen. Es sind jetzt gleich noch 20 Minuten. Das kommt natürlich auch so ein bisschen darauf an, wie sich die Hauptsignale hier halten werden. So, das weiß ich gleich, kurzzeitig. So, also es ist wirklich tricky, mit der AFB zu bremsen. Wie ihr hört es hier, es hat gerade ganz kurz wieder Radschlupf gegeben, also wirklich nicht einfach. Und hier in der AE steht und wartet auf eine Fahrt. Ich denke mal, er muss auf uns warten. Dass wir so ein Auswärtsgleis besetzt haben. So, der Dufour 1.560. Und hier in der AEB hat er noch einen Auswärtsgleis besetzt. So, der Dufour 1.560. Sicher So Voll geil Wunderschön. Oh, gleich werden wir eingebremst. Und runter auf 90. Ich würde sagen, das Projekt geben wir jetzt schon mal an. Das sind wir sowieso noch tricky. Sie fahren, Sie fahren. Ich denke mal, da werden wir mit Sicherheit einen Gleiswechsel haben. Was wir deswegen gleich einen 90 haben oder zumindest eine sehr enge Kurve. Das ist ja genau. Schiffa, Schiffa. Ja, ich hätte jetzt gedacht, wir fahren rechts rüber. Okay. Okay, dann sollen wir einfach langsam durch den Wald auf hier fahren. Alles klar. Jetzt hast du einfach Streckengeschwindigkeit. Ich dürfte nämlich schon noch mal ziehen. Schiffa, Schiffa. Schiffa, Schiffa. So, und ich denke mal, dass wir das Hindernis an Rollmaterial, das wir vor uns hatten, deswegen wir auch immer mal wieder zwischendurch die roten Signale hatten, dass wir die jetzt praktisch hinter uns gelassen haben, oder das sind wir uns gelassen haben, und dass wir deswegen jetzt hier konstant durchfahren können. Was die Sachbum einiges vereinfacht muss ich ja nicht sagen. So, wie das ist, die 3,40? Schiffa. Schiffa. So, wenn die Sonne jetzt so auf den, auf den, ja, auf das Führerdisplay oder wie nennt man das, auf das Display, auf die Leuchttaste da scheint, dann sieht man manchmal wirklich nicht, wenn die Schiffa aufleuchtet. Ich muss da mal drauf achten. Und wenn die Schiffa aufleuchtet und die Sonne scheint, genau in dem Moment, also so wie jetzt. Ihr seht nicht, dass die Schiffa aufleuchtet. Schiffa. Ihr hört es nur. Das ist wiederum der Vorteil bei der 101. Wenn ihr jetzt die 146 fahrt, da ist die Sache eine andere. Und zwar, wenn dort die Schiffa aufleuchtet, die gibt keinen Ton von sich. Die hat irgendwie keine Sprachausgabe. Ich weiß nicht warum. Jedenfalls, wenn das dann so ist, dass die Sonne da drauf scheint und ihr seht das nicht, dass sie aufleucht, weil man sieht es einfach nicht. Dann habt ihr am laufenden Wandel zwang sich. Weil die 46 halt keine Sprachausgabe hat. Sondern einfach nur die Schiffa leuchtet, drückt ihr nicht zwang sich. So ist es. Und das ist wiederum ein Problem bei der 146, wo ich sagen muss, das macht sie etwas unattraktiv. Ist eine schöne Lok, keine Frage. Aber das ist wirklich ein sehr großes Manko meiner Meinung nach. Ich weiß jetzt nicht, wie das in der Realität ist beim Vorbild. Ob das da auch so ist oder ob das nur hier beim TSW so ist. Ihr könnt mich gerne aufklären. Jedenfalls hier im TSW ist es so, dass die BR 146 keine Sprachausgabe hat und nicht ansagt Sifa Sifa. Sondern sie leuchtet einfach nur. Und ja, das ist bei so einem sonnigen Wetter, wenn die Sonne da so drauf scheint, natürlich alles andere als angenehm. So, 25 Kilometer sind es dann noch bis Lübeck. Bis Winter Wunderland. Mit wunderschönem Sonnenschein. Ein bisschen gewölkt dabei. Leichter Nebel. Und ein klein wenig Schneefall. Ein wunderschönes Mischmaschwetter. Mit unserer 101 in der Bundesrepublik Deutschland Bankierung. Und dahinter ihr UC1 auf dem Weg von Hamburg. Nonstop nach Lübeck Hauptbahnhof. Auf der Linie IC 2220. Ich wollte das eigentlich mit der Vectron fahren, aber es ist ja wirklich schwer. Es ist unmöglich, im normalen Fahrplanmodus die Vectron an einen Personenzug zu hängen. Das ist beinahe unmöglich. Also ich habe es noch nicht geschafft. Außer aus dem Creators Club ist das natürlich möglich. Aber im normalen, regulären Fahrplanmodus ist das nicht möglich. Also das ist wirklich schade, weil die Vectron kann viel mehr als so gut dazu beziehen. Das ist jedenfalls meine Meinung. Aber ja, muss man halt akzeptieren. Wenn ihr wisst wie das geht, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr da schon irgendeinen Trick kennt oder so, dann sagt es mir gerne. Also wir fahren weiter Richtung Lübeck auf 20 Kilometer. Also wir fahren. Sie fahren! Wunderschön, einfach nur wunderschön! 101 097 6 Das ist unsere Zugnummer, oder Locknummer? Zugnummer nicht, aber Locknummer. So, ich brauche mal ganz kurz den Foto, sorry. Aber das muss sein. Ich finde das nämlich gerade einfach wunderschön. Overlay ausblenden, genau. Ich finde das gerade wunderschön, dieses Bild. Ey! Was soll das denn? Ich habe Fotovolos gemacht. So. So. Haben wir das auch geschafft. Also dieser Foto-Modus ist schon wirklich eine tolle Sache. Hier kann man einfach ein Szenario mal stoppen und in Ruhe Bilder machen. Das ist eine feine Sache. Vor allem, wenn man auf so einer Strecke unterwegs ist, wo halt viel quittiert werden muss, wo viel mit roten Signalen zu rechnen ist, wo viele Geschwindigkeitsunterschiede vorhanden sind. Da kann man das wirklich wunderbar machen. Weil man da einfach dann die Zeit hat, wunderbare Bilder zu machen. Vor allem, wenn man irgendwie was am Streckenrand in der Umgebung sieht, was man vielleicht unbedingt mit einem Screenshot festhalten will. Hier ist dieser Fotovolos ist wirklich eine ganz feine Sache für mich. Und ja, doch ist ein sehr sehr tolles Feature. Muss ich wirklich sagen. So, 15 sind es noch. Vielleicht noch 10 km bis Lübeck. Das war mir schön gemütlich mit 140 kmh durch die verschneite Landschaft. Ich finde, das ist eine sehr schöne, angenehme Geschwindigkeit, muss ich wirklich sagen. Man muss ja auch nicht immer voll rasen und die 200 kmh ausreizen. Ich finde, man kann auch wunderbar so mit 140 kmh hier fahren. Das ist hier fast meine Meinung. Klar, auf Schnellfahrstrecken sieht die Sache anders aus. Da fährt man dann auch die Höchstgeschwindigkeit, die für die Lok dann halt zulässig ist. Beziehungsweise die die Lok auch fährt. Aber so auf solchen Strecken hier, wo auch RE und RB fährt, also sprich der Nahverkehr, da kann man auch mal ruhig schön gechillt mit 140 kmh fahren. Ja, das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Und man kommt ja auch so gut voran. Wir hatten jetzt glaube ich 52 km von Hamburg bis Lübeck sind es glaube ich. Wir sind jetzt bei 11 km, also man kommt auch so mit 140 km gut voran hier. Wenn man einigermaßen störungsfrei fahren kann, dann ist das natürlich. Wenn hier und da natürlich rote Signale auftauchen oder sonst irgendwelche langsam fahrstellen, dann sieht die Sache anders aus. Aber so, finde ich, kommt man da gut voran mit. Und man muss sich immer die Höchstgeschwindigkeit eines jeden Zuges austesten. So sehe ich das zumindest. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber das ist jedenfalls meine Meinung. Wenn ihr irgendwelche Hintergrundgeräusche hört, irgendwelches Geschrei oder so, wundert euch nicht. Wir haben Besuch von den besten Freunden von meinem Sohn. Die sind ein wenig hier. Ja, ihr kennt das selber. Jeder, der Kinder hat, weiß, wovon ich rede. Wir sind natürlich ein bisschen lauter immer. Die passen sich da nicht so gut an. Also nicht wundern, das ist nun mal das tägliche Leben. Und ja, das gehört dazu. Und ich denke und hoffe, dass ihr dafür Verständnis habt. So, dann kommen wir dem Ganzen doch schon ein bisschen näher hier. Wenn wir doch mit Sicherheit gleich irgendwann in den nächsten 3, 4 Kilometern die eine oder andere Geschwindigkeitsbeschränkung zu erwarten haben. Ich bin relativ sicher. Also wir fahren nicht mit 140 in Lübeck ein. Das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Das sieht ja fast so aus, als ob wir doch noch einigermaßen pünktlich ankommen. 7 Minuten sind es noch. 7 Kilometer noch. Also wenn wir jetzt jeden Kilometer eine Minute brauchen oder weniger, dann sollten wir es schaffen. Und was ihr bei soem Wetter auch nicht machen dürft, also wenn ihr Schnee eingestellt habt, nicht mit der AFB-Bremsen. Das gibt Radschlupfe ohne Ende. Ihr werdet einfach nicht langsamer oder nur sehr schwer langsamer. Macht das dann ganz normal mit der Zugbremse bzw. Löffbremse. Da habt ihr mehr von auf jeden Fall. Also das lege ich euch nur ganz warm ans Herz. So, wir haben 90 zu erwarten. Wenn wir mal... Ne, 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 ne. Das ist nämlich... Das wollte ich euch demonstrieren. Das ist nämlich das Problem. Soweit ihr dann nicht anfangen mit der AFB zu bremsen, habt ihr Radschlupf. Das ist dann weniger förderlich. Könnt ihr das lieber so machen. Dann bremst der ohne Probleme. Ihr dürft natürlich nicht... Die bremst jetzt auf wie 70, 80 Prozent stellen. Dann habt ihr auch keine Chance. Aber so werdet ihr relativ zügig langsamer. Und könnt dann im Anschluss die AFB dementsprechend runterstellen. Dann habt ihr keine Probleme. So. Weil ich bin mir fast sicher, dass wir gleich quittieren dürfen müssen. Und dann müssen wir den E auf 80 runter. Und es ist dann besser, wenn wir uns dann schon in der Nähe befinden. Gerade bei soem Wetter. Also es kann das nämlich ganz schön in Zwangsengehen, wenn man das nicht rechtzeitig schafft. So. So. So, da ist es nämlich. 60. 70. ??? Од bisschen mehrрен ifra. 80 auf jeden fall. So, AFB dementsprechend... Dann haben wir gleich 60 zu erwarten, wenn wir noch ein bisschen Zeit für, können sie erst mal wieder befreien. Das ist erst mal gut und nimmt uns am wenig den Druck. So, da müssen wir jetzt noch mal kütieren und dann runter auf 60, dann spätestens. Zugbeeinflussung. Jetzt aber, jetzt muss es doch so langsam Wahrheit werden hier. So, haben wir das mit den 60 auch hingekriegt. Warum wollen wir den erst nicht beschleunigen? Ah, ok. So, Gleiswechsel, deswegen auch die 60. So, auf 90 brauchen wir jetzt nicht mehr beschleunigen, weil ihr seht es vielleicht oben rechts auf der Anzeige. Gelbens Vorsignal, das heißt sowieso dann unter 85. Und außerdem sind es nur noch 1,9 Kilometer. Von daher spare ich mir das an dieser Stelle. Sie fahren. Sie fahren. Wunderschön. Wunderschön. So sieht das Ganze von oben aus. Dort der Güterunschlagplatz. Das ist jetzt Güterbahnhof. Fahre ich jetzt mal so. Sie fahren. Sie fahren. Ja. So. Ich denke. Ich bin dann jetzt auch schon mal runter. 40. 50. 50. Dann fahren wir jetzt schön geschmütlich in den Hauptbahnhof von Lübeck ein. 50. 50. 40. 50. 50. 50. Da müssen wir mal um die Grundlage geändert werden. 50. Und wir sind relativ pünktlich, möchte ich sagen. Ein bisschen Strecke haben wir aber noch. Wir wollen ja schon bis zur Spitze fahren. Da wären wir. Wunderbar, damit hätten wir das geschafft. Wir können ja auch aussteigen. In Lübeck. Da seht ihr es. Und dann sehen wir, dass hier jetzt im Moment so viel gar nicht los ist. Ist auch diese kleine RE8 nach Lübeck. Das hat er auch geschafft. Dementsprechend wird er wahrscheinlich hier Wenden oder Feierabend haben oder wie auch immer. Hier hingegen, hier soll niemand mehr einsteigen, der hat hier auch Endstation. Und unser Szenario endet hier. Benötigt haben wir 41 Minuten 20 Sekunden für eine Gefahrdistanz von 62,79 Kilometer. Also doch über 60 Kilometer von Hamburg bis nach Lübeck. Hätte ich nicht gedacht. Und eine gelaufene Entfernung von 0,59 Meter. Tja, das war das Fahrplan-Szenario IC 2220 Frankfurt Hauptbahnhof und Lübeck Hauptbahnhof. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht mir immer gar nichts. Wie gesagt, ich wünsche euch ein wunderschönes, frohes neues Jahr. Hoffen wir, dass es ein wenig anders und friedvoller wird als das vergangene. Viel Positives soll uns erfahren bzw. passieren. Das wäre doch schön. Wenn ihr noch irgendwelche Dinge habt, die ihr vielleicht verbessern gesehen haben wollt bei mir, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ich kann euch das ja mal kurz zeigen. Genau, das machen wir mal eben. Was ich vorhin meinte von wegen Bahnstrecke Bremen-Eulich, Eulich und so weiter. Vielleicht könnt ihr mir da irgendwie helfen. Ich zeig euch das einfach mal. Wenn wir schon mal dabei sind. Genau. So, wo haben wir sie? Rhein-Ruhr-Osten. Hier seht ihr es? Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Die ist... Sorry, aber der musste sein. Ihr seht, der ist gestrichen bzw. gesperrt. Fahrplan geht dann nur zu Fuß. Warum, weshalb, wieso? Ich weiß es nicht. Das gleiche Thema verhält sich, wenn ich zu Kalle gehe und mir dort die BR-110 auslehnen möchte. Auch dort. Die ist gestrichen. Die ist gestrichen. Ich sehe gerade, die ist auch weg. Warum? Was passiert hier? Die Press ist weg. Also... Also ich möchte das jetzt ungern machen, weil ich dann das Spiel melden muss. Aber ich will es nicht ausprobieren. Und hier die BR-110. Also ihr seht, ich kann Bremen gar nicht auswählen. Ist gar nicht aufgelistet. Ihr auch nicht. Also... Das muss mir mal jemand erklären, warum das so ist. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Ähm... Auch hier... Wie sieht es hier aus? Auch hier ist es gesperrt. Die beiden Szenarien... Warum ist das so? Ich kann die BR-422... Das ist doch nicht normal. Entschuldigung. Woran liegt das? Warum... Das gibt es nicht. Seht euch das an hier. Ich weiß einfach nicht, woran das liegt. Also wenn ihr mir da irgendwie helfen könnt. Schreibt es bitte in die Kommentare, weil ich weiß es leider nicht. Ähm... Ich würde mich freuen, wenn ihr da irgendwelche Infos habt, wie ihr mir helfen könnt. Ähm... Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich wäre euch sehr, sehr, sehr dankbar. Ähm... Das war es auf jeden Fall mit dem Szenario und mit dem Video heute. Ähm... Habt noch ein schönes... Schönen Neujahrstag. Passt auf euch auf. Ähm... Habt eine schöne Zeit. Bleibt mir treu. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Habt eine schöne Restwoche. Ab morgen beginnt der Alltag wieder. Jedenfalls für mich. Ähm... Von daher wird es ab morgen wieder Videos auch noch ein Ende geben. Ähm... Ja, was soll ich noch sagen. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Denny Spielers. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht. Macht ihr immer gar nichts. Habt eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr seid in einem der nächsten Videos wieder mit am Start. Bis dahin sage ich Ciao. Servus und Tschüss. Euer Denny Spielers. Bye. 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 Tchau. So Frankfurt